Wenn sich Ihre Durchlauch, die Kässpatzen und Ihre Majestät das Allgäuer Schnitzel ein kulinarisches Städig eingeben, könnte es sein, dass Sie im Gasthof zum Schloss Stätzling zu Tisch sitzen. Das Restaurant mit dem unnachahmlichen Flair lädt Sie zu einer Reise durch die Köstlichkeiten der bayerisch-schwäbischen Küche ein. Dabei setzt der im ehemaligen Schloss Stätzling gelegene Kulinariktreff bei seinen Kreationen ausschließlich auf frische und hochwertige Produkte aus der Region, wie etwa Fleisch vom Wittelsbacher Weideochsen. Darüber hinaus kann man in dem altehrwürdigen Gemäuer des Mitglieds der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land im wahrsten Sinn des Wortes fürstliche Feste feiern. Und wer nach dem köstlichen Mahl alle Neune schieben will, findet für dieses sportliche Unterfangen in der urgemütlichen Gaststätte zwei Kegelbahnen vor. Der Gasthof zum Schloss Stätzling, wo es so vorzüglich mundet, lässt es sich ungeniert verweilen.